Und wir verabschieden uns nun von Ihnen mit einem weiteren Stück aus Lateinamerika. Wir bleiben in diesem Stil jetzt. Ich denke, das ist ein Titel, den Sie alle kennen. El Cumbanchero in einer Bearbeitung von Naohiro Ibai. Wir hoffen, dass Sie in unserem Programm gefallen haben. Und als Jugendlogester haben Sie mit dem Programm abschiedet sich nun. Gumbachero! Gumba Gumba Gumbachero! Gumba Gumbachero! Gumba Gumbachero! Gumba Gumbachero! Musik 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 Musik